Halli, hallo, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Vlog. Ja, ich wollte mich mal wieder melden. Ich bin wieder kurz vor der Spätschicht. Es ist jetzt Freitag, muss gleich auf die Spätschicht. Aber ich habe mir gedacht, ich werde mal wieder einen kleinen Vlog machen. Denn ich wollte euch ja mal ein bisschen verkünden, was beim Livestream rausgekommen ist und so weiter und so fort. Und zwar geht es als erstes mal darum, wer hat beim Livestream gewonnen, bei diesem Voting. Deswegen, ich habe ein Foto gemacht davon, aber leider mit Handy und das sieht so schauderhaft aus. Ich kann es ja trotzdem mal reinfliegen, ich kann es ja trotzdem mal zeigen, aber es sieht wirklich grauenvoll aus. Und zwar, warte mal, vielleicht wenn ich es kleiner mache, könnte es vielleicht sein, dass es vielleicht ein bisschen besser aussieht. Ich weiß es nicht, warte, ich zeige es mal kurz. Ich mache es nur kurz, weil es ist wirklich vom Handy aufgenommen und es sieht so scheußlich aus, warte. Ja, ich mache es mal noch größer, keine Ahnung, da seht ihr es. Wenn ich das bewege, gehen die Streifen weg, seht ihr es? Ja, wie ihr seht, Stalker hat gewonnen, meine lieben Freunde. Ihr wolltet gerne Stalker haben. Und das Let's Play wird es dann in der nächsten Zeit geben. Jetzt nächste Woche habe ich Frühschicht, da denke ich mir mal, werde ich abends damit anfangen. Am Samstag werde ich keinen Livestream machen, weil ich da abends ein neues Projekt beginne mit der Ricarda. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, das wird lustig. Das wird nicht live gestreamt, das machen wir als normales Let's Play Projekt. Und ich habe mich entschieden, Cry of Fear auch zu Live Let's Play. Also da haben wir schon die zwei Live-Let's Plays haben wir zusammen. Und zwar einmal Stalker und einmal Cry of Fear, genau. Weil das hat mir so gefallen. Aber wir fangen natürlich nochmal von vorne an bei Cry of Fear. Jetzt haben wir zwar ein Stück schon gespielt, aber das Spiel hat mir so gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe mir so oft, auf Deutsch gesagt, in die Hose gekackt vor Schreck, dass ich mich entschieden habe, das auch noch mitzumachen als zweites Livestream-Projekt. Ja, und ich habe ja geplant, immer zwei Livestream-Projekte. Und deswegen wird es das auch geben. Ja, und was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, Samstag leider kein Livestream. Da wollen wir abends ein neues Projekt beginnen. Und am Sonntagabend vielleicht, mal schauen, werden wir mal sehen. Wie gesagt, nächste Woche habe ich wieder Frühschicht. Da kann ich dann abends wieder ein paar Streams machen. Das wird auch so passieren. Dann die nächste Woche drauf habe ich dann Nachtschicht. Da werde ich dann wahrscheinlich wieder zur Mittagszeit irgendwann Streams machen. Und dann geht es leider wieder in die Spätschicht. Und dann ist halt Dings. Ja, was ich noch sagen muss. Ich habe leider Life is Strange verpeilt aufzunehmen. Und jetzt durch die Spätschicht komme ich nicht zum Aufnehmen. Ich habe es total verpeilt aufzunehmen. Habe ja am Samstag noch, den letzten Samstag, den Stream noch. Apropos, vielen Dank, liebe Leute. Echt, der Stream, der ist so geil gelaufen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und da habe ich so ein bisschen auch wieder was geplant. Weil ich glaube, das werde ich öfters machen. Ich glaube, das werde ich öfters machen mit diesem Stream. Ich werde jetzt nicht in regelmäßigen Abständen. Vielleicht baut sich das irgendwann mal so auf, dass ich das in regelmäßigen Abständen mache. Aber dadurch ist ja Schichtenarbeit, muss ich erst mal das ein bisschen planen. Weil wenn ich Spätschicht habe, kann ich natürlich nicht irgendwelche Streams machen. Aber ich würde dann schon sagen, dass wir samstags dann immer die Streams machen, die so sind. Und ich hatte mir zum Beispiel überlegt, wenn das alles hier funktioniert mit den Konsolen. Ich kann es noch nicht versprechen. Weil das Problem ist, dass mit den Konsolen, mit dem Elgato, dass ich da keine Cam mit reinhauen kann. Also ich kann die Cam zwar mit reinhauen, aber ich kann damit nicht streamen. Weil eben das Problem ist, dass das irgendwie ein sehr hoher Performancefresser ist. Und irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was jetzt sich in Elgato noch entwickelt hat. Weil ich habe es, wie gesagt, noch nicht angeschlossen. Es ist bei mir immer noch die Konsolen. Die stehen zwar da. Ich zocke zwar ab und an. Aber angeschlossen sind sie halt noch nicht an PC. Und deswegen muss ich mal schauen. Weil dann habe ich nämlich vor, dann vielleicht einen monatlichen Stream zu machen von den PS-Plus-Titeln, die kommen. Weil dann kann ich euch die mal ein bisschen vorstellen. Und da haben wir insgesamt immer so 6, 7 Spiele, die wir dann am Abend mal anzocken können. Und weil ich habe ja Playstation 3, ich habe Playstation 4. Und das würde ich dann genauso aufbauen, wie den letzten Stream. So ein bisschen quatschen zwischendurch, bis ich dann die Spiele gewechselt habe. Weil das dauert bei Playstation aber so ein bisschen länger. Und ja, und so ein Stream, wie ich gesagt habe, wie, dass ich mal öfters was anzocken oder sowas. Weil ich habe noch so viele Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Alte Spiele. Also ich werde mich darauf wahrscheinlich versteifen und versuchen, alte Spiele zu machen. Weil vielleicht immer mal zwischendurch mal ein neues Spiel mit reinbringen. Und keine Ahnung ist. Mal gucken, wie es läuft. Auf jeden Fall habe ich immer mal Bock, altere Spiele anzutragen. Und so einen Voting-Livestream wird es natürlich auch wieder geben. Sobald dieses Stalker-Projekt, das wird lange dauern. Das wird lange dauern. Ich denke mir aber mal, dass ich das vielleicht bei Cry of 4, nach Cry of 4, wenn ich das beendet habe. Weil so lange, denke ich mir mal, geht das Projekt nicht. Ich habe gelesen, so 8 Stunden Spielzeit. Bei meiner Spielzeit könnten es 10 sein. Bei meinen rumgegeigelt immer. Können es 10 sein. Das hätten wir dann also in 2, 3, 4 Livestreams abgeschlossen. Und dann könnte ich wieder so einen Voting-Stream machen. Und dann werden wir das mal sehen, was wir machen. Also ich habe schon wieder einige Spiele, wo ich Bock drauf habe. Ich werde auch bestimmt 1, 2 vom letzten Voting mit reinnehmen, wo ich immer noch Bock drauf habe. Aber ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Müssen wir einfach mal gucken. Mordor's Schatten zum Beispiel spiele ich jetzt so privat. Das werde ich definitiv nicht nochmal reinbringen. Da bin ich jetzt viel zu weit. Und ja, Turok. Ja, weiß nicht. Aber ich denke mal. Oder gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir dann im nächsten Stream reinnehmen. Ich werde wahrscheinlich 1, 2 Spiele vom letzten Stream mit reinnehmen. Trotzdem ins Voting. Die mir trotzdem Spaß machen. Werde ich dann aber auch nicht mehr anzocken. Aber das ist ja noch eine etwas längere Zeit. Wie gesagt, das machen wir dann, wenn eins der Projekte beendet ist. Weil ich habe vor, immer 2 Livestream-Projekte zu machen. Und ja. Und bei Life is Strange, wie gesagt. Entschuldigung. Ich habe es total verpeilt. Ich bin dann in der Spätschicht. Und bin dann abends heimgekommen und habe gedacht, Scheiße. Ich musste ja eigentlich mal Life is Strange aufnehmen. Aber jeden Abend war ich eigentlich ziemlich knülle nach der Schicht. Deswegen habe ich immer noch mal so ein bisschen Privat-Modors-Schatten und so gezockt. Und ja. Und ihr könnt euch auch bald freuen. Also ich habe den Twitch-Kanal. Der ist apropos schon am Start. Der ist schon da. Coop-Unterstrich-Deluxe. Ja. Also das ist ja, wie gesagt, Coop-Deluxe. Für den Coop-Deluxe-Kanal sozusagen ist das der, also mit Rivano zusammen, ist das der Stream-Kanal, wo dann eben OnkelTV seine Streams auch mit drauf haut. Und auch RivanoLP seine Streams mit drauf haut. Und dann eben von Coop-Deluxe. Also das habe ich ja alles schon erklärt. Das dort eben immer so ein bisschen Content ist. Und ihr könnt auf jeden Fall mal auf Twitch gucken. Coop-Unterstrich-Deluxe. Ihr seht das Logo von Coop-Deluxe da. Und es ist noch nichts weiter gemacht. Ich musste noch, ich kam, wie gesagt, durch die Spätschicht, kam ich noch nicht dazu, den großartig zu bearbeiten. Aber da wird bald was folgen. Ich muss auch leider für Coop-Deluxe, muss ich dazu sagen, muss ich leider komplett neues Design machen. Ich muss ein neues Banner machen. Ich muss ein neues Logo machen. Und alles, das wird alles noch bearbeitet, weil eben, wo ich meinen Computer aufgebaut habe, war er ja im Eimer. Das wisst ihr ja. Ich musste ja alles neu machen. Leider sind alle Daten weg. Die ganzen Thumbnails, die ganzen Vorlagen für die Spanner und sowas. Das ist alles weg, die ganzen Logos. Und deswegen muss ich das, obwohl mir das Logo so gut gefallen hat, es hat sich so gut hingebracht. Die Intros konnte ich noch retten, zum Glück. Obwohl die eigentlich irgendwie ziemlich komisch sind. Aber, naja, gut, es ist halt so, wir haben halt, ne, äh, das war halt damals bei der Gamescom, haben wir die Dinger aufgenommen. Ich kann mich damit aber auch nicht mehr identifizieren mit den Videos, muss ich sagen, mit früher. Also ich habe ja, ne, leckt mich die Säcke. Ja, äh, also was heißt mit den Videos von früher? Ich meine jetzt mit dem Aussehen von früher. Kann ich mich einfach nicht mehr identifizieren. Ich musste jetzt schon letztes Mal lachen, wo ich einen alten Livestream, ich habe jetzt mal wieder den alten Livestream von Rivano und mir angeguckt, wo er bei mir war. Den Hangout oder was wir da gemacht haben, wo wir ein bisschen nebenbei gezockt haben. Und ich musste schon selber lachen. Aber, tja, man verändert sich halt, es ist halt so. Äh, ja, wie gesagt, da muss ich noch einen neuen Banner machen und so. Und bei, ja, die zwei Projekte habe ich jetzt auch gesagt. Ähm, ich glaube, mehr war jetzt eigentlich nicht zu sagen. Ich wollte mir sagen, wollte mich halt mal wieder ein bisschen zurückmelden. Mal sagen, dass ich noch lebe, weil ist ja jetzt nur auch schon wieder, habe ich halt noch eine Woche schon nichts. Oh mein Gott, eine Woche. Naja, nee, aber ich habe ja gedacht, dann wenigstens haust du mal ein Vlog raus, dass ich noch am Leben bin. Weil es ja nun, ne, ja, wie gesagt, sonst wäre ja Life is Strange und so gekommen. Da wäre wenigstens mal ein bisschen Content auf dem Kanal gekommen, aber dadurch, dass ich es verpeilt habe. Vielleicht nehme ich heute Abend Life is Strange auf. Ich werde mal schauen. Ich werde mal schauen, dass es dann am Wochenende weitergeht. Ich werde mal schauen, wie ich heute Abend drauf bin. Und gestern Abend, ich habe mir das ja eigentlich gestern, für gestern Abend geplant, Life is Strange nochmal aufzunehmen nach der Arbeit. Weil, äh, ich gewöhne mich langsam an die Arbeit, ne, also es ist nun mal so. Und dann ist mein Abend halt dann doch ein bisschen fitter. Aber gestern war so ein Stress auf Arbeit, da war ich dann so fertig am Abend und habe dann einfach nur, ja, nur noch Schatten gezackt. So ein bisschen gegeigelt und dann bin ich auch ins Bett gegangen. Aber ich versuche vielleicht heute Abend, dass ich Live is Strange, ich habe sogar schon überlegt, ob ich das vielleicht als Stream mache weiter. Weil es ist doch durch die Entscheidungen total genial eigentlich, das mit euch zu machen. Aber jetzt haben wir schon zwei Projekte und gut ist, ein Stalker wird ein langes Projekt. Also ich denke mir mal, ein Stalker wird ein richtig langes Projekt. Wir werden mal sehen. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe dieses Spiel damals immer gezockt, wo es rauskam. Und das hat, äh, ich kann gar nicht mehr so richtig sagen, was da abging und dies und das. Ich habe das auch nie so richtig intensiv gespielt, wie ich es ja jetzt im Let's Play spielen müsste. Weil die Leute ansprechend durchlesen, was da, ne. Und habe ich nie so richtig gemacht, habe immer blub, 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 Aufträge angenommen und bin dann dahin gerannt, ohne großartig zu lesen. Wie man es halt so ein bisschen macht als Geigelei nebenbei. Aber diesmal machen wir es ja ordentlich. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß, dass das Spiel sehr viel Potenzial hat. Ich weiß auch, dass das Spiel, ähm, sehr umfangreich ist. Und ich habe ja alle drei Teile. Also wenn der erste Teil, na, wenn wir den vielleicht ordentlich schaffen, vielleicht ziehen wir dann die anderen zwei Teile auch gleich mit nach. Mal gucken, es könnte ziemlich lang dauern, aber das entscheiden wir uns dann nach Stalker, Stalker, nach Stalker. Und, äh, ja. Ja, mehr kann ich jetzt eigentlich, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Stalker hat gewonnen. Ihr habt ja das hässliche Bild gesehen. Ähm, ja. Und das war es eigentlich auch schon. Und, ja, noch irgendwas? Ich glaube nicht. Samstag neues Projekt. Also es kommt bald ein neues Projekt, äh, live, also ein neues LP-Projekt. Das lasst ihr euch noch überraschen. Das wird auch eine, das wird auch eine, eine Serie werden, die wir zusammen zocken. Aber wir freuen uns schon riesig drauf. Weil es ist endlich mal mit Ricarda ein Projekt. Also ein richtiges Projekt. Also mit, mit Geschichte. Mit Anfang und Ende. Ne? Also so ein, so ein Projekt halt. Nicht so Dead by Daylight zockt man halt und macht und dies und dies und das. Aber wir wollen uns mal an dem richtigen Projekt versuchen. Ja? Mit Anfang und Ende. Und ich denke mir mal, das ist ein Spiel, das ist ein Spiel, wo ich eigentlich schon öfters gesagt habe. Was ich, ah nein, das habe ich nicht, nicht live gesagt. Das wollte ich schon öfters mit irgendwelchen Kollegen spielen. Aber, äh, Ricarda ist da so ein bisschen offener, muss ich sagen. Für, äh, auch andere Genres und so ein Zeug. Und deswegen, ähm, wird das bestimmt cool. Und bis jetzt habe ich da keinen gefunden, der das mitmachen wollte. Und jetzt habe ich eigentlich jemanden gefunden, der mitmacht. Und, ähm, ja, das wird bestimmt Gaudi machen. Aber das macht bestimmt Spaß. Wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. So, Freunde. Äh, wie gesagt, Samstag leider kein Livestream, weil wir da aufnehmen. Am Sonntag könnte vielleicht ein Livestream kommen. Wir werden mal sehen. Wir werden einfach mal sehen. Es könnte aber auch sein, nicht, weil ich muss ja am Montag in die Frühschicht. Und ich muss mal langsam wieder reinkommen. Ich bin total mit meinem Schlafrhythmus, total im Arsch. Kannst du total vergessen. Ich komme am Abend von der Arbeit hemmend, bin eigentlich noch total hellwach. Bin zwar geschafft, aber total hellwach. Und dann, äh, naja, muss mich da auch erstmal dran gewöhnen. Naja, so, das war es eigentlich schon für diesen, wie sagen, wie lang sind wir denn? Heute haben wir kurz, oder? Heute haben wir kurz. Heute haben wir kurz. Heute ging es. Heute kommen 15 Minuten. Kann man machen. So, da will ich jetzt auch nicht lange noch irgendwie drum rum quatschen. Quatschen. Mir fällt aber jetzt auch nichts mehr ein, was ich noch sagen wollte. Beim letzten Vlog ist mir danach noch, ach, ich wollte noch das und das sagen. Habe ich nicht. Das habe ich jetzt auch wieder vergessen, bin ich mir sicher. Aber, ja, nee, es fällt mir gerade nicht ein. Es fällt mir gerade absolut nicht ein, was es noch war. Nee, fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall, wir werden auch mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Auf jeden Fall hat der letzte Stream riesen Bock gemacht. Und deswegen werde ich den öfters machen. Er wird nicht so oft kommen, weil, äh, ich bin immer der Meinung, wenn man das zu oft macht, dann, äh, saugt man einfach zu schnell das aus. Und das soll ja auch Spaß machen. Und man soll sich ja auch drauf freuen, sagen wir mal so, ne? Und wenn man das, da wird das einfach so Standard, ne? Wenn man das jetzt jede Woche machen würde, wäre das einfach dann so Standard. Und das, äh, das will ich einfach nicht dazu kommen lassen. Und deswegen, äh, werden wir das ab und an mal machen. Ich werde so einen Stream, so einen großen, so einen, ich nenne es mal großen Stream, äh, immer ankündigen vorher, ne? Also, und mit den PS-Plus-Titeln, wie gesagt, mal gucken, ob ich das mit der Konsole hinkriege. Und dann hätten wir dann so einen, so einen monatlichen Stream wenigstens, der auf jeden Fall jeden Monat kommt, wo man dann eben diese, diese PS-Plus-Games anzocken, von PS3 und PS4. Und wird bestimmt auch lustig, warum nicht, ne? Sind schöne Minigames, sind auch viele Games, wo ich immer gesagt habe, leckt mich, ist das ein Müll. Und da wird es auch Spaß geben. Denke ich mal. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das alles hinkriegen. Ähm, mir ist halt wichtig, dass die Cam dabei ist. Weil, ne? Ich habe mir jetzt nochmal zum Standard gesetzt, die Cam, außer bei Life is Strange, weil, wie gesagt, viele Leute haben es mir gesagt. Was heißt, viele Leute? Man hat zu mir gesagt, mach die Cam aus bei dem Spiel. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, warum. Also nicht, weil ich es dahin gespielt habe, sondern weil man es mir erklärt hat, warum. Und das sage ich aber nicht. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, äh, wir sehen uns beim Livestream oder beim nächsten Projekt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ach, es ist einfach cool, so einen Vlog zu machen. Ich habe mich immer damals gescheut vor Vlogs. Und jetzt habe ich einfach Spaß dran, einfach mal loszulabern. Vielleicht könnte man ja auch mal einfach so einen Livestream machen. So einfach loslabern. Und dann kommt man schon ins Gespräch mit euch, glaube ich. Hm, müssen wir mal gucken. Okay. So, dann, äh, Tschüssi, bis zum nächsten Stream-Projekt. Oder Projekt, oder Stream-Projekt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Tschüssi, bis denne. Amen. Vielen Dank.